Ja, ich sehe gut. Ja, und jetzt? Hey, ho, let's go. Ich war gespannt, weil Episode 5 kam jetzt raus, das werde ich direkt danach einknüppeln. Komplett. Es sollte guardieren, patrollingen. Was? Sind Sie sich beeindruckt? Es ist einfach so strange. Ich glaube, ich sehe einen. Da drüben, bei der Tür. Okay, ich und Kenny werden diesen Mann rauskennen. Auf meinem Signal, die resten von uns folgen. Jeder hat das? Okay, Kenny, lass uns das ruhig machen. Keine Fertig, wenn es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Ein Walker. Offensichtlich ist das hier nicht so gut gelaufen. Was ist ein Walker hier drin? Geh rein, schnell! Ich denke jetzt, jetzt habe ich es mit Menschen zu tun. Aber ganz offensichtlich hat die tolle Gesellschaft hier nicht funktioniert. Da bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Weil die angeblichen Übermenschen haben ja wohl nicht überlebt, scheinbar. F***, F***! Denkst du, sie haben uns gesehen? Definitiv. Ja, mit Walker kennen wir uns aus. Na, irgendwo hat er recht. Ha, ha, ha. Ha, ha, die Pussy hoffentlich stirbt, also ich rette dich nicht. Den mag ich eh schon nicht, seit Episode 3. Die mag ich auch nicht, Miss Piggy. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ich glaube, er hat sogar Angst, wenn er pinkeln geht vor sich selbst. Oh Gott, was ist das für ein Rüssel da unten? Was kommt da raus? Ja, vielleicht besser. Warum ist Miss Piggy mit? Die war schon vorher unsympathisch. Das ist doof. Das sieht gut aus. Jeder in! Jeder in! Ich mag es nicht. Armory. Hm, warum nicht? Figuren. Hm. Hm. Ja, hat ja nicht viel gebracht. Okay, so jetzt was? Wo müssen wir schauen? Die ist nicht gut, die Frage. Hier. Geh mir ein bisschen. Wehe, du hast kein fotografisches Gedächtnis. Wo können wir ein bisschen Feuer für das Boot finden? Die war mal hier. So, Leroy, wir brauchen nur eine Batterie. Das ist Sato Shop. Es ist neben der Tür. Ja, es heißt Hermanns. Du kannst es nicht missen. Okay, ich mache den Rund für die Führung. Es wird schneller, wenn ich mit dir gehe. Ich kann dich direkt nach vorne kommen. Ich komme auch. Nein, zwei Menschen ist genug. Du bist hier. Wir sehen, ob du irgendwelche Fähigkeiten kannst, die wir haben, um diese Armourie zu öffnen. Wir müssen hier rauskommen. Ich gehe für die Medizin. Ich komme mit dir. Ich weiß, was zu nehmen. Okay. Ich glaube, das bleibt mir, um uns eine Batterie zu finden. Ich gehe mit dir. Schau dir zurück. Okay, wir haben einen Plan. Everyone be careful. Bleibt immer gut, wenn die Einzige einigermaßen Hübsche mit mir unterwegs ist. Und trotzdem kann die sich wehren, um sachlich zu werden. Ich glaube, das ist gerade falsch verstanden. Was ist mit mir? Was kann ich tun? Ich brauche, dass du hier mit Ben bleiben und über unser Kommandzentrum stehst. Ich stehe dich mit dir. Okay? Du verlagst mich mit Ben? Ich werde dich nicht mit Ben. Ich werde ihn mit dir. Entstanden? Oh, okay. Ja, du passt auf Ben auf. Du bist nämlich schon groß. Ich mag Clementine. Süßes Kind. Ich mag keine Kinder. Aber die ist cool. So. Schau dir an die Kinder. Schau dir an die Kinder. Schau dir an die Kinder. Sie sind ja auch ein bisschen. Schau dir an die Kinder. Ich bin ja auch ein bisschen mit der Kinder. Ich glaube, ich kann das nicht wiederkommen kommen. wenn wir auf dem Boot kommen. Wenn wir uns das Boot schaffen würden. Wenn wir uns das Boot kommen würden. Das Boot kommen würden. Hey, du brauchst du noch Hilfe mit dem? Danke, ich habe es geschafft. Nur mal. Ich möchte etwas mit dem Boot machen. Ja. Wisst ihr das? Das würde ein schöner Veränderung machen. Wow, keine Chance, dass ich mit mir so viel mitgegeben habe. Danke für das Verteidigung. Na gut, ich lasse dich mit es weitergehen. Nein, warte. Es ist etwas, das du mit mir helfen kannst. Es ist etwas, das auf meinem Kopf war. Ich könnte deine Meinung benutzen. Was ist es? Es ist Kenny. Seitdem ich ihm auf dem Boot zu helfen habe, habe ich ihn ein bisschen besser kennengelernt. Er ist ein guter Mann, du weißt? Und es hat mich aufgetragen, zu wissen, was ich weiß. Ich habe mir gedacht, dass ich ihm die Wahrheit erzähle. Ben, komm mal. Das wieder? Es ist meine Schuld, dass Doc und Katja gebeten wurden. Wenn ich nicht auf dem Motorrad eingeladen hätte, wären sie noch immer wieder. Wie sollte ich nur etwas so ausführen? Ich muss ihm sagen. Wie soll ich ihm sagen? Viel Spaß damit. Wie soll ich sagen, dass es nicht meine Schuld war? Ich kann es nicht mehr tun. Ben, hörst du. Kenny sieht aus, dass er seine Scheiße wieder zusammen hat. Weil gerade jetzt hat er einen Grund. Aber er ist noch in einem wirklich schlechten Ort. Du sagst ihm jetzt, er wird es verlieren. Und dann sind wir alle verabschiedet. Es kommt ein Zeitpunkt, wenn er es bereit ist, zu hören. Aber es ist nicht jetzt. Nicht noch. Ich höre dich. Ich werde zurück zu diesem. Ja, wie gesagt, viel Spaß, wenn du Skelly erzählen willst. Also, äh, ist eine super Idee. Das ist auch überhaupt kein labiler Mensch, ne? Es sieht aus, dass sie hier ziemlich ein System hatten. Crawfords finalen Lösung. Ah, von mir aus. Aus, klar, bei dir. Bist du okay, Clem? Ja. Diese desk ist wie diejenigen, die wir in meiner Schule haben. Ich weiß, dass es weird ist, aber ich vermische es. Being in der Schule. Ich auch. Ich war ein Lehrer, wie du? Ich erzähle dir was. Wenn wir uns selbst einen Ort sicher finden, eine kleine Klasse. Nur du und ich. Gibt es Arbeit? Kein Arbeit. Ich mag die Klemmen teilen. Glaubst du, dass Dinge wieder normal sein werden? Wie sie vorher waren? Hm. Ich glaube, dass niemand die Antwort auf das, Clem. Vielleicht ist jemand da draußen, mit einem Weg, um das zu lösen. Einen kleinen Kurs. Es ist einfach kein Weg, um es zu wissen. Ich hoffe es so. Das ist gut. Überraschung. Überraschung. Das ist die einzige Sache, die nichts davon auszulassen können. Dann gehen wir mal zu... ... 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 Tcha. Gucken wir mal. Wollt ihr nicht mit uns gehen? Wo ist sie denn jetzt? Ich bin doch nicht etwa allein unterwegs. Hat ihn weit gebracht. All illness and medical conditions must be disclosed to the council. Hey, warte. Ach, komm dann. Leck mich doch fett. Wie gesagt, hat viel gebracht. Die Herrenrasse, die sich hier eingenistet hat, angeblich. Die Alleyway zu den Autoschoppen ist hier. Kommt ihr oder nicht? Schnellkässe sind überall. Was hier passiert, war nicht gut. Hier oder was? Das muss die Tür zu den Alleyway sein, wo die Autoschoppen ist. Aber wo ist Molly? Molly, bist du hier raus? Ich glaube, ich gehe nicht weit weg. Die Autoschoppen muss hierher sein. Lütter werden auf der Seite gebrochen. Ey, was denn? Verdammt. Das kann aber auch ins Auge gehen. Machen wir mal die Garagentür auf. Oder auch nicht. Verdammt. Das ist sehr tief. Was kann ich hier wohl machen? Autsch. Läge ihn! Er ist mir. Schön, dich zu sehen. Okay. Sie scheint mir unabhängig. Molly! Was? Ich denke, du hast es. Einmal noch. Er ist ein Medikator. Einige Wissenschaftler oder Doktor vielleicht? Ja, aber er ist nicht verdammt. Hast du uns einen Weg in gefunden? Ja, aber die Garagentür hat gebrochen. Ich kann es nicht. Nicht ein Problem. Schau, was ich gefunden habe. Oh ja. Das wird funktionieren. Gib mir einen Moment, Mann. Weniger gucken, mehr arbeiten. Komm schon! Komm schon! Ach, Mann! Immer dieses Quicktime-Scheißen-Dreck. Und rein mit uns und wegtreten, die Scheiße. Wettbewerb, der kriecht gleich los. Schau mal um. Ich werde sicher, dass keine Stragler unter der Tür kommen. Okay. Was haben wir hier? El Cali! Wird mich gar nicht wundern, wenn wir hier die Alarmanlage auslösen. Wäre ja nur wieder mal klar. Ich kann es sehen, wo die Batterie sollte sein. Aber es ist nicht. Perfekt. Boah! 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 Wenn wir es unterlassen können, dann gebe ich schon die Alarmanlage los. Und alle Zombies finden das geil. Ich denke, wir können diese Hose einfach mit meinen Händen entfernen. Und vielleicht, wenn ich etwas hätte, um es zu kümmern. Kein Kraft. Mehr von Crawfords Regeln. Wie kann jemand so leben? Ich würde lieber meine Chancen auf der anderen Seite nehmen. Ne? Gucken wir mal mal. Vielleicht haben wir mal was zum Schneiden. Es ist lockt. Keine Ahnung. Okay. Okay. Also nicht dahinter. Gehen. Nein. Hier irgendwas. Fleisch hier. Das ist wieder bestimmt was ganz, ganz, ganz verflixt offensichtliches. Vielleicht hat sie was zum Schneiden. Nichts, was du brauchst? Ah, genau. Ich denke, dass ich diese Hose von deinem? Ich weiß nicht. Hilda und ich haben viel zusammengefasst. Hilda? Das ist das, was ich nenne. Nicht zufrieden. Bitte, kann ich Hilda? Ich will sie gut geholfen. Sie wird nicht eine Schraube bekommen. Ich habe jetzt deine Besuchung. Nicht eine Schraube. Ah, ich versuch's. Komm, Hilda. Lass uns mal ein bisschen Kaboom machen. Ging doch. Ich wusste's. Woah, 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 woah. Das ist wahrscheinlich nicht gut. Ich wüsste's. Genau, Harry. Weg. Raus damit! Seid mich! Geh deinen Schein! Und du? Na ja, sie hat's nur klettern. Bäm! Das ist irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Oh, die hat aber Kraft, die Frau, also bei der Statur. Was hast du gefressen? Hast deine Cerealien heute Morgen genommen? Ja, wir sind auf dem Ruf. Hörst du nie zu klettern? Komm schon! Komm schon, was bist du, Geschmack? Hörst du! Was hast du mich? Nun, dass du es erwähnt hast... Boah, die hier ist aber echt stark, die Frau, gell? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen komisch gemacht. Also normal, die könnt ihr dir noch niemals mit einer Hand festhalten. Wobei, sie ist offensichtlich irgendeine Art Bergsteigerin, da hat man ja schon Kraft in den Pfoten, ne? Komm schon! Nachher, etwas muss ich erst machen. Was? Ich ziehe dich später. Warte, du hast immer noch die Batterie? Ja, ich denke, ich werde es aufhören. Sicher, dass du nicht ohne mich verlassen hast. Tschüss, wieder in der Klasse. Molly! Verdammt, was zur Hölle macht sie? Was machst du denn? Ich kann es ohne die Kombination öffnen. ohne die Kombination... Hmm, ob die Kombination irgendwo zu finden ist, ist eine ganz andere Geschichte, ne? Hmm... Too bad, ich weiß nicht, die Kombination von diesen. Ihr braucht noch mehr Hilfe? Dankeschön, aber ich denke, wir sind fast in. Wir haben es umgekehrt, Lee. Keine Angst. Keine Angst, eine kleine Hilfe hier. Okay. Geta! Verdammt, ich war zu langsam. BAM! Das wird wohl nicht ewig halten. Du hast den Feuer. Lass uns noch nicht aufhelfen. Lass uns die Hölle zurück in die Klasse. Gib uns eine Hand mit diesen Feuerkants. Sie haben einen verdammten Ton. Du bist zurück! Ja, und wir haben auch ziemlich gut gemacht. Großartig, Kenny. Wie geht's mit dieser Tür? Nicht so gut. Hier, ich gebe dir eine Hand. Hast du die Batterie noch? Ja, Molly hat sie. Sie sollte bald wieder hier sein. Ah, und Piggy, alles klar. Brie? Hey, Lee. Danke für all deine Hilfe da hinten. Ich glaube nicht, dass wir es ohne dich haben. Kein Problem. Wir sind alle auf dem gleichen Team. Wie normalerweise. Was denkst du über diese ganze Crawford-Situation? Ich würde lieber nicht darüber sprechen. Zu viele verrückte Erinnerungen. Ich glaube, das ist einfach mal. Ich glaube, das ist einfach mal. Ich glaube, das ist einfach mal. Ja. 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 Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Aber wie kommt ihr mit etwas wie diesem? Mit einem Platz wie Crawford? Ich weiß nicht, was ich oder die anderen Überlebenden hätte ohne Vernon. Er ist derjenige, der uns zusammengehalten hat. Er hat uns lebenswert. Das ist gut. Ich bin ein bisschen beschäftigt hier, Lee. Vielleicht solltest du die Batterie holen oder mit der Medizin helfen. Dann sei weiter beschäftigt mit auf dem Plan zeigen und hässlich sein. Hopscotch. Hopscotch, so heißt die Tieraufgangstation, von der ich meinen Hund habe. Hahaha. Du bist okay, Clem? Ja. Wo ist Molly? Sie musste in den Flugzeug gehen. Sie wird bald zurück. Ich hoffe, sie ist okay. Sie wird gut. Sie ist ziemlich hart. Sitz dich, okay? Ich muss mich ansehen. Alles klar. Die Holly. Die Holly. Die Molly. Ich will vergessen, wie sie heißt. Warum dreht er dir die Scheiße nicht einfach an? Ja, Molly. Ja, Molly. Hm. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat deine Leben gerettet, nicht? Hm. Ja. Aber was hat sie für mich letztendlich getan? Na, ich könnte mal was die anderen machen, hä? Kann nicht sein, dass es hier nicht weiter geht. Ich bin keinチöcher. Sie hat das scheiße. Sie hat einen synchronous Anfang nicht gesehen. Sie hat diagn생충ende Musik passiert. Sie hat von сразу eine gewisseんな Gibdetermin. Sie hat das alles Voyn entsprechende Musik 그럼 dazu. آپ Enfinaha sagen? Eine verfickte Tonne von Walken. Na, da ist das X-Shit. Ist das sonst noch irgendwas? Nein. Okay. Dann gehe ich nochmal bei den anderen gucken. War doch klar. No? Yeah. Für so ein verflickster Cowboy bin ich verfickt. Bam. What the hell happened? They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah. That's our other problem. Take a look. Hmm. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe. Locked up tight. Can we just guess the combination? It's a four-digit code. You do the math. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay. You get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Camcarta. No tape inside. Look at it. What's this on the floor? It's on the ham. It's a sonogram. There's dried blood on this printout. And on the floor. Looks like a trail of it from the safe to the camera over there. Then out the door. What the hell happened here? Yeah, what the fuck the hell? Hölle, helle, helle. You all already checked these drawers? Yes, Lee. Nothing in there worth taking. Hmm. Already cleaned out. Wäre ja auch zu einfach. Looks pretty sturdy. No way we're gonna force that open. We might be able to find something to pry it open, but it'll take time. We don't have time. Omeed needs that medicine. We have to get it open now. Yeah, 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 yeah. Do you think shooting it open would work? Only thing that would accomplish is getting us all killed. So, no, I don't. Ah. I'll have to take time to rest later, I think. Gucken wir mal den Kopierer an. Look at the paper. Just a bunch of papers. No safe combination, though. Medical file. Richtig antiquiert, nicht mal digital. Christa, come look at this. Also schwach. Oh, God, oh, God. As you know, the rules are very clear. Determination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence for a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm gonna give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't do this. I can't do this. You don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Hmm. That's how I can make my bag open. Damn it. We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said. The worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. Hmm. Phones probably haven't worked in months. Ich soll also wieder raus in das Auto-Ding? Oh, fuck. Der hat doch noch gelebt. Das ist sehr vertrauenserweckend alles. Leichenpflaster in meinen verfickten Weg. Die kommen bestimmt auch irgendwann rein. Das ist alles nicht so easy. Hmm. Gucken wir mal, ob wir den finden. Und dann wird bestimmt die verfickte Hölle losbrechen. Ich sag heute, ganz schön oft, äh, verfickt. Verfickt nochmal, verfickt. Vielleicht soll ich einen Verfickt-Counter einbauen. Verfickt. Weg mit dir! Hm. Hm. Es kriecht. Gute Nacht, mein Freund. So. Das ist bestimmt der Spinn. Scheiße. Scheiße. Zeit, zu gehen. Ah. Gut, dass er einfach so zurück kann. Ich hätte nämlich jetzt nicht gewusst, wie zur Hölle ich zurückkomme. Ich probiere erstmal den Spinn aus. Und da ist der Klo und so. Wo war denn der Spinn? Ach, verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann doch mal das Klo durchsuchen. Aber irgendwo war ja doch dieser Spinn. Ach, das war vielleicht links rum. Boys. Was? Locked. Ich musste nicht den Spinn nutzen. Das ist vielleicht auch besser so. Auf einmal kann ich ihn öffnen. War das nicht der, den ich nicht öffnen konnte? Jetzt mal so ganz im Ernst. So, Nurses Offizie. So, Nurses Offizie. So, Nurses Offizie. So, Nurses Offizie. Doktor, ich empfehle dich. Bitte, hilf mir. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind. Du kannst es wieder versuchen. Aber für heute, heute, müssen wir das machen. Nein. 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 Sie ist schuld, dass es hier keine Menschen mehr gibt. Auch nicht schlecht. Ob die mal ein Kind verloren hat? Ja, wer weiß, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich habe die Meds und weg von hier. Wir sind in der Arbeit. Antibiotik, Morphine. Wir nehmen so viel davon, wie wir können. Okay, ich glaube wir sind gut. Das ist mehr als genug für deine Leute und meine. Wir gehen! Du weißt, ich habe eine 3. Tape gefunden in der Lager draußen. Vielleicht gibt es noch etwas anderes da. Wir haben die Meds von Omid. Das ist alles, was ich interessiere. Wir gehen zurück in die Klasse. Nicht zu lange, Lee. Was ist, die ich hier vorgegeben kann? Was ist das? Was ist das? Du bist bereit. Wir haben eine Beine. Wir haben eine Beine. Ja, wir hatten wir eine Beine. Wir haben nicht mehr. Meine Freunde braucht diese Medizin. Ohne sie wird sterben. Oder sie wird anfangen zu sehen. Und sie wird sie wegnehmen. Ich kann es nicht mehr. Das Spiel ist fies. Jetzt weiß ich, was sie für Probleme mit den Leuten in Crawford hat. Ja, well shit, verdammt. Und offensichtlich ist dann ihre Schwester gestorben wegen ihm. Da hat sie sich von dem durchnageln lassen, um Medizin zu kriegen. Ist ja unglaublich. Was man nicht so alles macht. Naja, ich meine, er war ja auch ein ziemlich hübscher und junger und gut gebauter Kerl, ne? Nicht. Jesus Christ! Oh, du hast mich ausgeräumt. Wo hast du denn gesagt? Seidseeing. Ich nehme jetzt die Batterie. Oh, ja, äh, über das. I'm just kidding. Heh, heh, heh. Here you go. What's that? Nothing. You can quit with the act, Molly. I know you're from Crawford. What? Who told you that? I saw you on a security tape. Why'd you lie to me? I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you. And even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? I guess that's up to you. I used to live here. I used to live here with my sister. I used to live here with my sister. I used to live here with my sister. She was 14 years old. I kept it a secret. I kept her safe for as long as I could. But in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked. How anything was better than becoming one of them. But I saw what they'd already become. I just wish I could have seen it before it was too late. Before they came and took my sister away. Okay. Verständlich. This is all I have left of her. I didn't have time to take it before I got out of Crawford. I just wanted it, okay? It's okay, Bonnie. I understand. She's pretty. What the hell? I think that's our cue to get the hell out of here. Oh, yeah. Ja, verständlich, warum sie das gemacht hat. Lass ich durchgehen. Oh, Jesus! Ben! Sorry, sorry. I just got spooked by those Bells. And then I heard someone coming. Did you leave Clementine alone? No, Kenny's with her. We still can't open that armory door. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Oh, Ben? Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway. Ah, du... Oh, no. Vonk, ey. Die geht ab. Hier, Clementine. Du bist so gut. Durch die Armourie. Wir können nur diese verdammte Tür öffnen. Komm schon, verdammt ihr! Ey, egal was er macht, er macht alles falsch. Das ist einer, den hätte ich, wenn ich Crawford am Laufen halten würde, rausschmeißen. Ben, wir haben darüber gesprochen. Nein, warte. Ich will wissen, was er bedeutet. Was bedeutet, dass das alles deine Schuld hat? Penny, ich bin sehr entschuldigt. Ich bin sehr entschuldigt, Mann. Kind, das ist nicht der beste Zeit. Was du getan hast, save es für später. Ben, schau dich auf. Fuck up. Fuck you, Lee. I can't do this anymore. It's been me all along, putting all of us in danger. Kacha and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? It was me, who made the deal with the bandits at the motor end, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... Ich hab' aber gesagt, das ist ne tolle Idee. Ja, Mann. What do you mean? What group you got here? Knock the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! Do you hear me, shitbird? You can stay behind and fucking rot! You know Ben didn't mean any harm. He was just trying to help. And I'm supposed to give a crap about his good intentions? The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. Ben's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna abstain. Lee? I can't do this right now. I abstain. We'll figure this out later. What about the rest of us? Don't we get a second? Finish, Piggy. Oh, yeah. Oh, yeah. Und schon haben wir doch wieder Platz. Ja, praktisch wär's. Uh, nine. That's not gonna hold. Back upstairs! Ha! Now it's up to me, baby! Noooon! Ich hab doch noch auf A gedrückt. Verfickter Scheiße, verfickt nochmal, verfickt. Ach, ich muss rückwärts laufen. Ah! 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 Ah, verdammt, ey. Mmm. Yummy, 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 I gotta love it, my time. Aber nicht, hab ich noch genug Munition. Mann! Ich hasse ja sowas, gell, wie die Pest. Ooh, ah, wir sind fire git, ihr hab bei doch Götet. Ah, wir wurden auch zehn kilometers durch. Ah, der wird Mon 않아ucian. Ah der, Herr, wenn wir... Na also, geht doch. Oh, fuck. Ja, man. Ich bin der verfuckte John Rambo, man. Oh, yeah. John tries Rambo. Ja, auf jetzt. Auf, ich muss aufs Klo. Ja, come on, let's go. Oh. Ach. Ach, Mann. Ich bin der Zeit. Komm, du kannst es machen. Es gibt keine Zeit. Du musst jetzt gehen. Jetzt. Ich bin der Zeit, Ben. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Lass' gehen Dich schmierig! Geh Clem und die anderen weg aus! Lass' mich! Aaaaaaahh, Mann ey! Jaa, eigentlich wollte ich nicht los werden, ne? Mal dich niemanden zurücklassen, obwohl du ein Wichser bist. Wer weiß, wofür es gut ist. Für wen der Bild war? Ich sollte dich nie verlassen. Ich bin sehr entschuldigt. Christy, weg von ihm! Hey, wieder zurück? Meine Fresse, ey! Ich habe deine Medizin. Gut. Ich fühle mich, dass ich etwas verwenden kann. Hotmikker, Bustard. Ich bleibe hier für ein paar Stunden, um ihn zu schauen. Lass mich wissen, ob du etwas brauchst. Danke, Doc. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeit für dich und ich, ein kleines Gespräch zu haben. In privaten. Vielen Dank. 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 Ja. Ich weiß, dass du denkst, du denkst, dass du das besser für sie machst. Ja. Und wenn du ihr euren euren Vater wäre, würden wir diese Gespräche nicht haben. Aber du bist nicht. Und mit dir bleiben, ist nicht das besser für sie. Ich bin nicht mehr. Wenn niemand anderes hier hier erzählt, würde dir das erzählen, dann werde ich. Diese kleine Frau ist in meinem Geist. Wir haben mehr zusammengebracht, als du dir das erinnerst. Jemand, der versucht, mich und sie zu kommen. Jemand. Sie wird tot endet. Du hörst mich? Geh deine Hand von mir. Sonst was? Ich nehme Clementine mit. Ich weiß nicht, ob es das Beste für sie ist. Aber dann habe ich wenigstens es selber in der Hand. Ich kann natürlich sie fragen. Aber Clementine darf nicht gehen. Das geht gar nicht. Hey. Geht irgendwo? Ja. Ich komme jetzt raus. Ich wollte nur vielen Dank sagen. Für alles. Es hat Spaß gemacht. Was sagst du? Kenny arbeitet gerade auf dem Boot. Ich dachte, du warst mit uns. Gott weiß, du erinnert. Ja, ich habe es überrascht. Es ist nicht für mich. Es klingt, dass es ziemlich kräftig wäre. Und ich mag das Wasser. Sind du sicher über das? Ich bin sicher. Ich habe immer besser auf meinem eigenen. Hörst du. Ich bin nicht viel für Glück. Sag mir die anderen. Und jeder geht seine Wege. Du auch, Lee. Die war praktisch. Die war nett. Die war sympathisch. Und sie war eine arschgeile Killerin. Ich bin sicher sicher, dass du das kleine Mädchen ausfälligst. Du wirst wissen, dass sie der Welt von dir denkt. Gute Glück. Es hat nichts mit Glück zu tun. Ich will auch auf sie aufpassen. Ich will auch auf sie aufpassen. Ich bin sicher. Clem, honey. Was ist passiert? Ben wird gut sein. Er ist nicht das gleiche, seitdem er zurückgebracht hat. Ich bin sicher. Er hat viel durch, Clem. Er hat nur ein bisschen überrascht. Ich bin sicher, dass er gut ist. Bevor wir morgen sind, haben wir Zeit für meine Eltern zu suchen? Ich würde gerne, Clem. Aber ich glaube, wir haben Zeit. Wir müssen wirklich nicht mehr hier bleiben. Es ist nicht sicher. Ich bin sicher, Clem. Ich bin so sorry. Ach, Mann! Tolles Ende gibt das hier. Hm. Oh, ne. Sag bloß, sie ist weg. Clementine? 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 Oh, Gott. Oh, Mann. Wo ist sie? Sie hätte niemals das Walkie-Talkie zurückgelassen und ihre Mütze. Im Leben nicht. Hätte sie nie getan. Hätte sie nie getan. Seid. Scheiße. Oh, fuck. I'm not in the house either. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. I'm going to be a zombie. Oh my god. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Clementine's my responsibility. Can't ask any of you to risk your lives over this. This is something I have to do alone. We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Are you sure about this? Could be dangerous. As opposed to what? Day-to-day life these days? We're sure, Lee. Just leave the way. Lee, man. You know I care about Clementine. And I am a Christian man. And I keep asking myself. If this was me, asking you for help? Asking you to put your life on the line? Would you be there for me? Because there have been plenty of times when you ain't been. Kitty man, I'm begging you here. I can't do this alone. I need your help. Please! Lee, I know you had my back when we first teamed up. You really looked out for me and mine. But ever since then, you've been looking out for yourself more often than your friends. I'm sorry. But you're on your own on this one. What about you, Ben? I don't know. Whatever you think is best. I can't make that decision for you, Ben. You have to decide for yourself. I think maybe it's best I stayed behind. I know you don't have a lot of confidence in me. That's okay. I understand. But you've got enough to worry about with Clementine without me screwing things up. Guess it's just me and you guys. We should go find Vernon. See if he took her. I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back. Or at least until nightfall. Can't speak for this one. He might not make it to the river. You're still gonna take me. You're still gonna take me. Yeah. We'll figure out what to do about that when the time comes. Come on guys. Let's go. Oh fuck. Das wird heavy in der letzten Episode. Und im Endeffekt, dieses Spiel ist ein Drama. Niemand mehr da. Niemand mehr da. Und im Endeffekt. Where the hell are they? Fuck. Looks like they got out of here in a hurry. Vernon! Get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Hm. So viel dazu. Und ich werde ein verfickter Zombie. Hm. Super. Kerlin. Uh. Krillmentin! Are... Are you alright? Where are you? Vernon, you son of a bitch! стрylolt United! Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. You should really watch your tone. Klem housing's fine. Aber wenn ich dich wäre, würde ich meine nächsten Worte sehr vorsichtig nehmen. Und dann sehen wir uns in No Time Left. Und das wird bestimmt hochdramatisch. Haut rein, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020